So, Leila, wir müssen uns jetzt unbedingt Dream erzählen. Dream wird aber nicht auf mich hören, das weißt du. Er glaubt mir nicht. Ach komm, er muss mir schon glauben. Wenn er mir nicht glaubt, dann kann ich ihm auch nicht helfen. Also, gucken wir jetzt erstmal, wo der Dream ist. Oh, du bist so lustig, Dream. Stelle ich euch? Jack, bist du das? Ja, was denkst du denn? Wer sieht denn so schön aus und so klug und intelligent? Das kann nur ich sein. Deine Witze sind manchmal echt doof. Das weißt du aber, oder? Nein, das weiß ich nicht. Wenn ich mal fragen darf, wer bist du? Kennst du mich wirklich nicht? Nein, sonst hätte ich auch nicht gefragt. Ich bin Dreams wunderbarer, gut aussehender, bester Freund. Aha, okay. Ich würde mal vorschlagen, dass Jack und ich jetzt was machen, weil wir uns sehr, sehr lange nicht gesehen haben. Tut mir leid, Amanda. Ja, kein Problem. Viel Spaß euch. Ich mach dann was anderes mit den Mädels. Komm mit. Tut mir leid, wir können am Abend irgendwas machen, ja? Ich komme schon. Ich dachte, Layla wollte nicht mehr mit Mirabelle reden. Das habe ich auch gedacht, aber anscheinend haben sie sich vertragen. Weißt du, ich glaube Layla hat zu viel Aufmerksamkeit. Oder sie will nur immer welche. Wir wissen doch gar nicht, ob bestimmt was sie gesagt hat. Vielleicht war das nur damit, dass wir ihr helfen. Nee, darauf habe ich keine Lust mehr. Ich möchte nicht immer die sein. Ja, wir wissen das schon. Du willst kein Diener sein. Aber ich meine, sie war unsere beste Freundin. Dann sehen wir mal, was passiert. Jetzt aber nicht mehr. Ja, Cream, du weißt doch gar nicht, ob das alles stimmt, was du gesagt hast. Sonst hätte sie uns ja schon längst gesagt. Ich meine, es sind ein paar Tage vergangen und da hat sie gar nicht mit uns geredet. Streitet ihr euch etwa? Nein, es geht nicht darum, was du denkst. Nein, Layla hat uns verraten. Oh, die Layla, die ist doch doch gar nicht mehr so nett, wie ihr dachtet. Wir waren zwei Jahre lang beste Freunde und jetzt hat sie einfach uns angelogen und Mirabelle sich geholt als Freundin. Oh ja, ihr habt da sowas von recht. Was meinst du damit? Ja, die haben sich gestern auch noch getroffen und über euch geredet. Aber wieso sollten sie das tun? Ich meine, wir haben nichts getan und wir waren auch ihre besten Freundinnen. Wir waren ihre besten Freundinnen. Oh, sie haben gesagt, dass ihr... Na ja, sie hat gesagt. Wieso auf einmal sie? Amanda, wenn du uns anlügen willst, dann brauchen wir uns das gar nicht mehr anhören. Das ist einfach Zeit, die wir nicht haben. Ich fühle mich leicht beobachtet, deswegen kann ich nicht gut reden. Kommt ihr vielleicht mit mir da hin? Die Ecke, wo keiner ist. Was sagst du, Queen? Okay. Ich muss noch kurz etwas erledigen. Wartet auf mich. Äh, Jack, kommst du mal kurz? Bitte. Ich hab dir gesagt, wir können am Abend was machen, aber jetzt wollten Jack und ich was machen. Ja, du weißt, ich bin sehr beliebt. Von daher, eine kleine Sekunde reicht, glaube ich. Ich wollte, dass du was probierst für Jack. Äh, du musst einfach... Ja. Einfach hiervon trinken. Das ist pures Wasser. Ich bin irgendwie müde. Okay, jetzt friss Gras. Boah, was ist das für ein Zeug? Naja, ich wollte nur gucken, ob es funktioniert. Wolltest du das Jack antun? Nein, natürlich nicht. Ich hab nur... Ich dachte, dieses Quellenwasser ist gut. Es wurde mir empfohlen. Von Lila. Und ich dachte, naja, du weißt, was ich dachte. Und ich dachte, das wäre ein cooles Geschenk für Jack. Nein, für Dream. Du kommst doch selber nicht mit den Namen klar, oder? Wahrscheinlich bin ich jetzt Dream und du hast mich nur einmal verwechseln. Dann traust du es, hast du dich nicht getraut, es mir zu sagen. Jack, warte, warte, warte. Warte, du kamst mir als erstes sympathisch vor, aber jetzt gar nicht mehr. Aber nein, bitte, geh nicht. Du darfst nicht gehen. Es wäre dir doch sowieso egal. Gut, mein Fahrrad funktioniert. Und diese Gefühle. Künstliche Gefühle. Aber ich kann das einfach so gut. Gut, jetzt brauchen wir noch Lila und Mirabelle. Mal gucken, ob sie davon trinken können. Vielleicht tue ich einfach so, als wenn ich was trinken würde. Und sie trinken aber. Ach, ich bin so gut, Amanda. Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Wo ist Amanda? Ach, du weißt es nicht. Sie wollte, dass ich irgendwas probiere. Ein Quellwasser. Aber bist du dir sicher, dass das deine Freundin ist? Sie ist voll komisch. Nein, sie ist richtig, richtig nett. Du weißt gar nicht, wie fürsorglich sie ist. Fürsorglich? Was? Was meinst du damit? Also, was ich gerade gesehen habe, ist nur, ich kann gute Namen verwechseln und bin schön. Sie ist nicht schön. Aber das sagt sie die ganze Zeit. Ach, so ist eben Amanda. Sie ist ein bisschen, ja, selbstverliebt. Und ich finde das auch okay. Ich meine, man muss sich ja selber mögen. Aber trotzdem, das muss ich doch nicht jedem sagen. Egal. Magst du sie wirklich und sie mag dich, du weißt es nicht. Sie hat gesagt, sie findet mich sympathisch. Denkst du, sie mag dich dann wirklich? Nein, ich glaube, du bist ja auch sympathisch. Und deswegen denke ich, kann man das auch sagen. Sie war von Anfang an für mich da. Und ganz nett. Also, ich glaube, sie... Ich glaube nicht, sie würde das tun. Komm, leg dich auch hin, es ist viel gemütlicher. Hm, ich bin nicht so ein Sternstarrer. Du musst ja auch nicht in den Himmel sterren. Bist du bereit, Layla? Ja, ich glaube schon. Ähm, ihr beiden, Mirabel und Layla, kommt ihr mal kurz? Ich wollte mich... Naja, ich sag euch das dann gleich da. Kommt. Wir sind jetzt an einer Quelle, okay? Und was willst du uns damit sagen? Ach, ich wollte mich so entschulden. Ihr wisst ja gar nicht, wie gemein ich zu euch war. Und das tut mir einfach dreitausend, tausend, tausend Mal leid. Ich wünschte, ich hätte das nie getan, weil ihr echt gute Freunde seid. Hm. Okay, aber... Aber wartet. Ich hab euch extra ein Geschenk gemacht. Ich hab euch eine wunderbare Quelle gezeigt. Und wollt ihr davon mit mir trinken, so als Freundschaftszeremonie? Es wurde gesagt, dass die Freundschaft dann für immer hält. Und ich glaub, das wär eine gute Idee. Ich weiß es zwar nicht, aber ich glaube, du hast nicht gelogen. Denn so einfach kann man einfach nicht lügen. Man müsste das echt dafür gut kennen. Aber du bist ein gutes Pferd. Okay, dann lasst uns einen Schluck nehmen. Das war ja so gut. Jetzt hält unsere Freundschaft für immer. Was hast du getan? Was ich getan habe, ich weiß es nicht. Es scheint so, als wenn ihr... ...schlafen würdet. So, dann hab ich die schon mal abgehängt. Jetzt ist die nur noch für mich da. Mhm. Aber warte mal. Die können alles erzählen, dass ich das war. Ich muss ihre Gedanken löschen. Ja. Na gut, für die letzten Tage. Sie wissen dann vielleicht auch gar nicht mehr, wer ich hier bin. Und das ist doch gut. Dann... Ich bin so schlau. Aber ich muss dann erst... Warte mal. Ich frag den großen Meister. Was? Wo ist eigentlich der Herdenchef? Oh Mist, mir fallen grad so viele Dinge ein, die... Und ich hab meine beste Freundin verloren. Nur wegen eines Hengstes? Ich muss unbedingt mit dir reden.